2XL meint die Gauteste Kurs, mit dort, wo du hast. Ach sie, glattes Rumpel. Und das ging schein. Ach wird eine Teig mit Freistück reiht. Und alles ging fein, bettet Fohndrunk. Fohndrunk. Und das wird ein von den Tingen er erfuhnt. So die Hauf ab. Und nun wird er dort, was er erfuhnt, von Mexiko. Doch wird auch so ein Fein. Ach freut mich, dass er da dran gaufe und wo man errede. Hier redet man ein Kind. Dann redet man das andere Kind. Und das andere. Und ach wird schnell eine Teig entschöft. Und ich drehe dort hier. Hier am Kopf drehe dort und drehe. Ach doch so. Mit dieser Kind will errede. Die Tingen sind so wichtig. Ich soll die wichtigste Person sein auf der Welt. Mit meiner Welle nicht mehr reden. In so eine Bejommerungsgedanke. Dinge mich hier derich. Tja, hier wird der Ferien. Mein Freid ging ganz weich. Wird ein so erschein, als morgens gewaß. Aber ich leucht meine Gedanke hier drehe. So lang, dass das so ein Freid meier wird. Die Tinge wurde über dem vorig. Und ich werde verdrisslich. Und die Tinge wurde nicht gewusst haben, worum. Ich konnte mich auch nicht besagen, dass sie mich gefragt haben. Aber ich werde verdrisslich über die Tinge. Dinge gingen nicht schein machen. Wollt ihr was? Ich konnte dem Freid leute weggehen. Diesem Monat war ich feuer mehr von der Rede von Freid. Der Freid wurde wie uns versprochen. In Lukas Kapitel 1, Vers 9, Vers 7, sagt er von Johannes der Teufel, dass er gekommen ist. Tim sagt, dass unser Feud auf den Friedensweg nachstehen. Und dann, als Jesus dann geboren wird, sagt er Fried auf die Welt. Nur ist der Fried auf die Welt, wenn Jesus gekommen ist. In Lut sagt er, dass Friede ein von der Vrucht vom Heiligen Geist ist. Dass es sind, was wir hierbei haben, wenn wir uns leben, Christus ever geeft haben. Wir sind Christen. Dann haben wir die Friede. Und über so viel mehr, bloß von der Gedanken, die wir hierbei ein Raum drehen, verlieren wir uns Friede. Du hast vielleicht selbst was. Du verlust vielleicht die Friede, weil die Tinge gestern ist, als ihr Hörsam gewusst. Oder vielleicht ist das Tinge an gewusst. Oder vielleicht, deine Frau, die hat nicht so viel in das Haus hinein gehalten, oder du wirst gleich. Oder, wie du auch wirst, es wäre verdrisslich geworden über die, und du kannst dort nicht vertrauen, als du dich behandelst. Dann läst du dem Friede weggehen. Und weißt du, der Friede hat Gott dort ewig für dich. Gott ist nicht das, was die dem Friede wegnehmt. Er hat die dem gegebt. So, ich will dir diese, dieses Mal mitgeben und sagen, du dem Friede durchhalten. Und dann wird Römer die Fähre, du kannst ein großer, duper Friede haben an dich. Und ich will die. Hartlich, du gehst auf den Berg. Wenn ihr das Mal gebt habt, und ihr wisst nochmal, sonst ist das hier, wie wir uns stehen, schreibt ihr nun, nur dort Fuhnummer 2 0 4 8 9 4 5 8 8 3. Wenn ihr interessiert, was Gleiters anzuladen, dann bitte nicht weg, oder während einer Unterstädte eine Räte haben, kurz auch, wie das Salz hier Fuhnummer von.